Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf MaurerTube. Der erste Teil von unserem Maiwurm ist schon eine Weile her, der war noch vor den Skifahrer-Faschingsferien und seitdem hat sich ja die Welt leider verändert. Putin und Russland führten Angriffskrieg in Ukraine und wir haben sofort spontan reagiert und haben schon vor drei Wochen gesagt, wir machen keinen Maiwurm, sondern wir erstellen einen Friedensbaum. Deswegen entrinden wir uns unsere Fichte, die wir bekommen haben von der Stadt München und machen den weiß, es kommt ein Kranz rum mit gelb-blauen Galanten und die Jungs sind hier schon ganz fleißig, war mit den Rinden, sollten wir hoffentlich pünktlich fertig werden. Auf diesem Foto könnt ihr sehen, wie unsere Schüler die Rinde mit Zugeisen entfernen. Jetzt stellt sich hier eher die Frage, ob es doch ein Videokanal hat, warum schauen wir Fotos an? Hat einfach datenschutztechnische Gründe, mit dem Foto geht es besser. Wenn wir mit allem fertig sind, soll der Baum in etwa so ausschauen, das ist jetzt die allererste Version gewesen, die knapp vier Wochen alt ist. Kurzum, es wird kein Maiwurm, sondern ein Friedensbaum. Wir werden statt einem ausgelassenen Mai-Fest nach Corona, so war der Plan, werden wir einfach jetzt eine Spendenfeier organisieren und bereits jetzt werden wir 1000 Euro an die Ärzte ohne Grenzen spenden. Das ist unser Preisgeld vom Kultusministerium für die Auszeichnung von Unterricht innovativ und kreativ in Corona-Zeiten. Genau, das haben wir gesagt, behalten wir nicht, sondern machen gleich was Gutes und geben das weiter. Alle Infos zu unserem neuen Projekt Maiwurm2022 findet ihr natürlich auf YouTube oder auf Twitter. Sonst findet ihr natürlich unsere Angebote wie üblich auf zoom.de, mundoschule und mewistube. Fisch.